Danke. Alles klar? Alles klar. Gut. So, fangen wir mal mit dem Misch an, ne? Kannst du da kommen? Zack. Zack. Misch spielen, das braucht man nicht, das braucht man nicht. Wir brauchen Espresso. Dann, tamam, nur Moment. Rein damit, wird es heizt. Boah, alles Kaffee. Schäumer ziehen. Milch schäumen. Milch gut, Espresso gut, ich gut. Stopp. Ein bisschen noch mehr. Und dann, vielleicht irgendwann Stopp. Dort noch. Machen wir mal Stopp. Dann, immer auf Espresso. So. Guatemala Espresso. Guatemala Espresso. Hier. Komm schon. Hm, ich schaue aber lecker aus, du. Jedes Karamell, oder Vanille irgendwas, wird ja Karamell Macchiaro gemacht. Schaut mal nicht schlecht aus, ne? Gut. Lade, was ist denn das? Latte Macchiato. So, das ist eine Latte, ne? Passt. Guck. Fertig. Das ist das, was mir da rausgekommen ist. So, jetzt geht es bis jetzt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Los, den Krok, der Krok oder Kroiker, wird das, oder? Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.